Hallo, mein Name ist Ben Watan und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne eine Frage beantworten, die ich bekommen habe in meiner Gruppe Mach es einfach und mach es einfach auf Facebook. Und wenn du noch nicht Teil der Gruppe bist, dann rate ich dir oder empfehle ich dir auch in diese Gruppe reinzukommen, denn wir haben sehr viel Interaktion, viele Fragen, ich beantworte auch Fragen in der Gruppe, mache Livestreams und auch manchmal Audio, also sowas ähnlich wie dieser Podcast, nur ich beantworte Fragen, aber jetzt mache ich das mal hier in dem Podcast. Und zwar habe ich eine Frage bekommen von Eva Maria und sie hat sich bezogen auf die Folge 89 mit Azuka bezüglich des Belohnungssystems und ich lese mal ganz kurz vor, was sie gesagt hat. Danke für deinen Podcast, er hat mir schon bei einigen Punkten geholfen, bei Folge 89 mit Azuka bezüglich Belohnungssystem habe ich eine Frage. Ich will und werde einen YouTube-Kanal starten, das ist schon mal gut, ich will und werde, das ist gut, nicht ich will einen YouTube-Kanal starten, nein, ich will und werde, bei dem ich wohl bei einigen anecken werde. Das ist klar, üblich rechnen damit. Ich will ja den anderen Mamis damit auch Mut machen, das alles auszusprechen. Also ich weiß jetzt nicht genau, worum es sich handeln wird, aber anscheinend ist es für Mütter. Aber ich bin eigentlich sehr sensibel und nehme mir negative Kritik sehr zu Herzen. Ich bin da sehr dünnhäutig. Wenn ich abgestellt wäre, würde mich zwar Geld motivieren, aber ich weiß nicht wie recht, wie ich mich selber für negative Kommentare belohnen sollte. Irgendeine Idee dazu? Ich nehme gerne auch Tipps entgegen und jetzt fragt ihr die Community. Also, ja, ich möchte gerne darauf eingehen, denn ich denke, das ist ein Problem, was sehr viele Leute haben, diese interne, ja, diese interne Zurückhaltung basierend auf Kommentare beziehungsweise negative Kommentare und negatives Feedback von Leuten von außen. Und ich habe auch sehr lange damit zu kämpfen gehabt, denn ich war ein Leben lang, also wirklich sehr, sehr lange introvertiert, schüchtern und diese Schüchternheit basierte ja auch auf Unsicherheit, es allen recht machen zu wollen. Und das ist halt wirklich ein Problem, was sehr viele Leute haben, weil, wo wir groß geworden sind, haben jeder von uns, muss Teil einer Gruppe werden, muss akzeptiert werden von anderen Menschen von außen. Manche haben es mehr ausgeprägt als andere, aber sehr viele haben irgendwann gelernt, also dass man belohnt wird für bestimmte Sachen, man bestraft wird für bestimmte Sachen und sehr viele Leute entwickeln halt dieses Syndrom, dass man es jedem recht machen will. Das ist, also auf Englisch nennt man das People Pleasing, dass man es jedem Menschen recht machen will und das Problem ist, man kann es nicht jedem Menschen recht machen. Egal, was du tust, manche Leute werden es mögen, manche Leute werden es nicht mögen. Und der beste Weg ist, es niemanden zu Unrecht zu machen, sondern dass man nicht aneckt bei jemandem ist, einfach nichts zu tun. Wenn du nichts tust, wenn du nichts sagst, ja, dann kann auch niemand was dagegen haben. Aber dann bist du dir selbst ja nicht treu und dann bleibst du in deinem Leben an sehr vielen, an sehr vielen Punkten wirst du nicht weiterkommen, wie in diesem Fall, weil du Angst davor hast, was andere Leute denken. Aber die Frage ist, was ist wirklich da drunter? Das ist eine Arbeit an sich selbst, dass man wirklich zu den Kern dieser Ursache kommt, warum es einem wirklich so wichtig ist, was andere Leute über einen denken. Und da ist auch die Frage manchmal, ich denke immer, zum Beispiel, ich habe vor, wann war das, vor ein paar Tagen habe ich mit einem Freund von mir geredet, der genau dieselbe Situation hatte, meinte so, ja, wenn ich jetzt irgendwie Videos rausbringe, ich will nicht unbedingt, dass Leute mich so sehen. Und da war die Frage halt, ist aufgekommen, was ist, wenn jetzt zum Beispiel 50 Leute negativ über dich sprechen? Kann ja sein. Es kann ja sein, dass du Leute kennst aus deiner Vergangenheit und die mit dir zur Schule gegangen sind oder irgendwo auf der Welt gibt es, sagen wir jetzt, 50 Leute, die negativ über dich sprechen. Wie beeinflusst dich das? Es beeinflusst dich gar nicht, denn du weißt es nicht. Wenn du aber jetzt von jemandem hörst, der dir sagt, ey, ich habe gehört, da hat einer das und das gesagt, jetzt auf einmal ist es Teil deiner Realität und jetzt reagierst du da drauf. Ja, das ist natürlich wichtig, dass wenn man mit sowas konfrontiert ist, man intern, also die interne Arbeit, dass man kreiert, dass man erstmal so versteht, woher kommt diese Emotion. Ja, diese Emotion kommt von Gedanken. Diese Gedanken sind Bewertung. Wie bewertest du die Situation? Und dass du verstehst, dass dein Wertesystem, was du kreiert hast in deinem Leben, basiert auf sehr viele Konditionierungen, die du aus deiner Vergangenheit hast, die du wahrscheinlich gar nicht selbst, du hast sie nicht ausgewählt. Du hast in bestimmten Situationen, ist irgendwas passiert, vielleicht warst du fünf Jahre alt, vielleicht warst du acht Jahre alt und du hast dann entschieden, das bedeutet das und das. Durch deine Kultur, durch dein Umfeld, durch deine Eltern, durch deine Freunde, durch das System, durch die Schule hast du bestimmte Regeln gelernt und irgendwann hast du sie angenommen, dass wenn das passiert, wenn das passiert, bedeutet das das. Ich habe zum Beispiel sehr viele Freunde von mir damals, wo ich mit denen unterwegs war, die hatten das einfach gelernt, wenn dich jemand auf der Straße anguckt und dann guckst du ihn an und dann ist es eine Provokation. Und direkt ist es so, oder wenn irgendjemand was sagt oder dich beleidigt und andere Leute da sind, dann musst du diese Person schlagen zum Beispiel, weil als Mann darf man sich nicht, das ist Disrespect und so weiter, aber das ist alles antrainiert und angelernt. Andere Menschen sind in genau derselben Situation und denken ganz anders. Die bewerten die Situation ganz anders und das beeinflusst deren Verhalten. Und das ist etwas, dass wenn man nicht in der Lage ist, zu sehen, dass diese Art, wie du denkst, also dass du dein Denken bedenkst, dass du die Art, wie du denkst, erstmal in Frage stellst und zurückgehst und guckst, wo die Konditionierungen sind, wo die Limitierungen sind, wo die falschen Glaubenssätze sind und sie auflöst, dann wird man immer diese Emotionalität haben. Und das ist eine Arbeit an sich selbst. Das ist etwas, das mache ich in den Workshops, das mache ich auch in Coachings, das habe ich selbst, für mich selbst über Jahre lang antrainiert und rausgefunden, was da bei mir drunter lag. Und es gibt sehr viele Sachen, die bei mir da waren und teilweise immer noch da sind. Ich merke das in manchen Situationen, ich muss mich erwischen dabei. Und so, okay. Und jedenfalls, das ist einmal die Arbeit an sich selbst, dass man wirklich da zurückgeht. Jetzt ist aber die Sache, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt diesen YouTube-Kanal und du suchst nach verschiedenen Techniken und Strategien, die du verwenden kannst, um dich zu pushen, einfach ins Machen zu kommen. Und da denke ich, guck mal, dieses Beispiel, über das wir geredet haben mit Azuka, das ist natürlich ein Fall, ein besonderer Fall gewesen. Und ich habe das auch genutzt mit diesem Brechen, was Leute über mich denken. Denn das ist, das basiert auf einer Lüge. Das heißt, du denkst in deinem Kopf, wenn ich jetzt auf der Straße eine Frau anspreche oder eine Person anspreche, dass die mich ablehnen werden. Dass, wenn diese Person mich ablehnt, warum habe ich Angst davor? Was steckt dahinter? Was steckt da drunter? Dann bin ich weniger wert. Dann bin ich dies, dann bin ich das. Und du basierst das auf ein oder zwei, wie soll ich sagen, ein oder zwei Personen. Du sagst zum Beispiel, das wird bei sehr vielen Leuten anecken und du wirst wahrscheinlich sehr viel negative Kritik ernten. Aber weißt du es, zu 100% weißt du es nicht, denn du hast es noch gar nicht gestartet. Aber du hast jetzt schon eine Angst vor etwas, was kommen könnte. Was ist aber, wenn diese Kritik nur 10% ist oder nur 5% ist? Würde dich das stören, wenn zum Beispiel 200 Leute dir ein positives Kommentar geben und 5 Leute es kritisieren? Oder ist es genauso schlimm für dich, wie wenn 100 Leute dich kritisieren? Was ist wirklich, was bedeutet das auch für dich? Inwiefern trifft dich das? Was trifft dich das, weil du denkst, dass diese Kritik, du nicht damit umgehen kannst, weil sie könnten Recht haben und du zweifelst dann an dir selbst? Oder ist es einfach nur, weil du nicht willst, dass es Menschen gibt, die dagegen sind und wenn sie das aussprechen, also dass man wirklich sich damit auseinandersetzt. Was ist das wirklich? Was bedeutet das wirklich? Das ist diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich denke, dass, wenn man jetzt sagt, du hast Angst vor Ablehnung und du gehst nach draußen und merkst, dass du eigentlich gar nicht so oft abgelehnt wirst, wie du denkst, dann bricht das deine Realität. Du kannst es in deinem Kopf denken und es bricht deine Realität. Dann kommt aber der nächste Punkt, dass du sagst, okay, es werden viele Leute kommen, die kritisieren werden. So, und wir sehen, es ist nun mal ein Fakt. Ja, das ist, ich zum Beispiel, also ganz ehrlich, ich kriege nie negative Kritik. Wirklich. Also ich kriege sehr, sehr selten negatives Feedback. Und viele Leute sagen mir so, ja, du machst auch viel in der Öffentlichkeit und du kriegst bestimmt viel negatives Feedback. Nein, ehrlich gesagt nicht. Gar nicht. Aber ich habe, also als ich zum Beispiel damals so Rapmusik, so Sachen rausgehauen habe, da habe ich schon so Hater gehabt. Oder wo ich auf Instagram, wenn ich ein paar Mal so Ads geschaltet habe, so hier in Dubai, dann habe ich schon mal so ein bisschen negative Kritik gekriegt. Aber das waren meistens Trolls oder Hater. So, das war jetzt nicht irgendwie etwas Konstruktives, sondern es war einfach nur, die wollten einfach nur irgendwas Negatives sagen. Es ging gar nicht darum, dass die irgendwas verbessern wollten oder dass sie vielleicht selbst verletzt waren und deswegen was gesagt haben. Und wir leben in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, durch diesen technologischen, dieser Fortschritt, durch die sozialen Medien, jeden zu erreichen. Also fast jeden. Jeden, der online ist, können wir erreichen, potenziell. Und das Problem ist aber auch, also was heißt das Problem? Es geht auch andersrum. Also in der anderen Richtung, jeder, der irgendwas zu sagen hat, kann uns auch erreichen. Und ich habe mal, das auch mal in so einem Interview gehört, also ich beschäftige mich sehr viel mit Schreibblockaden und Schriftstellern und so weiter. Und da habe ich mal in einem Interview gehört von einem Schriftsteller, der gesagt hat, ganz ehrlich, heutzutage ist es ganz anders als vor 30 Jahren zum Beispiel. Und vor 30 Jahren hat ein Schriftsteller ein Buch veröffentlicht und hatte kein Feedback. Also außer er macht irgendwo, hatte so einen Tag, wo er so Signaturen gibt und Leute kommen vorbei, kann er gar nicht wissen, was Leute über sein Buch denken. Ja, wenn irgendjemand, es gibt keine Statistiken, so auf Amazon oder sowas. Leute kaufen ein Buch im Laden, er sieht nur, wie viele Bücher wurden verkauft. Er weiß nicht, wie viele Bücher das Buch gelesen, wie viele Leute das Buch gelesen haben. Er weiß nicht, wie viele Leute das Buch verbrannt haben und gesagt haben, ah, was ist das für ein Scheiß. Er weiß nicht, wie viele Leute anderen ihren Freunden gesagt haben, ah, dieses Buch, das ist voller Scheiß. Die kriegen weder die positiven noch das negative Feedback zurück. Und trotzdem waren die Leute in der Lage, ein zweites Buch zu schreiben, ein drittes Buch, ein viertes Buch. Und haben wahrscheinlich, also wenn jetzt zum Beispiel du dann einen Tag hast, wo du deine Unterschriften gibst oder so, so ein Fantreffen oder so, dann kommen doch eigentlich nur deine Fans. Außer du bist jetzt so krass umstritten, dass Leute demonstrieren und mit Schildern, mit deinem Namen durchgestrichen durch die Gegend laufen und dann an deinem Tag da demonstrieren, wirst du nicht unbedingt Leute haben, die jetzt den Weg auf sich nehmen, dahin zu fahren und dich zu beleidigen und zu sagen, dieses Buch hat mir nicht gefallen. So, und der Vorteil ist, dass, also die Essenz war, dass er gesagt hat, so, und die Leute waren trotzdem in der Lage, ein neues Buch zu schreiben. Und viele Leute sagen so, ja, du musst alle Kommentare durchlesen, du musst alles sehen. Er hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen negativen Kommentar gelesen und konnte danach besser schreiben. Also, das hat er gesagt jetzt. Ich denke das so, ich muss darüber nachdenken. Also, wenn du wirklich so jemand sagst, so, ja, das und das habe ich nicht so gut verstanden und das hätte man vielleicht einfacher sagen sollen. Und es gibt etwas, was öfters wieder auftaucht von verschiedenen Leuten, auch Leute, die das wirklich interessiert und Leute, die wirklich, die, ne, also wenn du sagst zum Beispiel, du machst einen YouTube-Kanal für Mütter und dann kommen Leute, die keine Mütter sind oder Frauen, die keine Mütter sind oder Männer oder, keine Ahnung, irgendwer und sagt dann, na, was ist das für eine Scheiße und so. Ja, wer sind diese Leute? Sind die eigentlich deine Zielegruppe? Sind die die Leute, für die du das Video machst? Das ist das Ding, das ist super viele Leute, die kommen, ich mache zum Beispiel einen Rap-Song und dann kommt jemand, der keinen Rap hört und sagt, na, was ist das für eine Scheißmusik? Ja, das ist, so, ich werde nicht darauf eingehen und es bringt mir gar nichts in diesem Punkt. Und das ist das Ding, dass man, also man kann Sachen für sich rausfiltern. Ich würde sagen, wenn du wirklich ein Problem damit hast, belunde dich jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, wir haben dieses Prinzip, worüber Asuka geredet hat, war, dass du dich jetzt motivierst für jede Ablehnung. Dass es im Verkauf oder dass es, wenn man jetzt rausgeht und sagt, ich möchte Frauen ansprechen, das ist natürlich ein Prinzip, aber ich würde sagen, bei dir, dein Ziel ist jetzt nicht, dass du sagst, ich versuche so viele negative Kommentare zu bekommen und mich dafür zu belohnen, wenn ich einen bekomme. Ja, das, 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 also das ist dann, ich denke, falsche Law of Attraction. Es geht ja darum, dass du das Ding releast. Du hast ja gesagt, du willst und wirst diesen YouTube-Kanal starten und das raushauen. Das heißt, am Anfang, ganz ehrlich, ich würde sagen, lese dir gar keine Kommentare durch. Mach es so, als wärst du ein Schriftsteller oder ein Filmemacher vor 50 Jahren und du bringst es einfach raus und dann fokussierst du dich auf das nächste Video und bringst es raus, fokussierst du dich auf das nächste Video und machst es 50 Mal, bis du schon in der Routine drin bist, zu produzieren, zu kreieren, dass du gar nicht Zeit hast, zu reagieren auf das, was kommt. Mach das einfach. Hau es einfach raus. Kreiere, 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 kreiere. Alle, alle diese Punkte, die du hast, hau diese YouTube-Videos raus. Mach eine Facebook-Gruppe. Nimm diese Leute, genau wie ich hier, die machen es einfach, mach es einfach, Facebook-Gruppe. Sag den Leuten so, ey, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr in die Tiefe gehen wollt, meldet euch hier in dieser Facebook-Gruppe an und dann hast du eine Community, eine Tribe. Und Leute, die sich da anmelden werden, die interessieren sich dafür, die wollen mehr wissen, die tragen sich ein und dann bist du einfach in dieser geschlossenen Gruppe. Und dann kannst du noch mehr Mehrwert liefern. Und die Leute, die dann da reinkommen, nur um irgendwie durcheinander zu bringen und sich zu beschweren oder keine Ahnung was, die Trolls sind, die blockierst du einfach. Bam, raus mit dir, du bringst keinen Mehrwert raus damit. Das ist so, wie wenn du eine Party bei dir zu Hause machst und einer kommt und macht Sachen kaputt. Raus mit dem. Warum sollst du es denn dieser Person recht machen? Diese Person wird diese Einladung vielleicht irgendwie mitbekommen haben und kommt rein und das ist das Ding. Das, was du machst, ist eine Einladung zur Besserung. Du kreierst ja diesen Content, um Leuten zu helfen. Und ich weiß nicht, was die Themen sind, ich weiß nicht warum, aber es ist egal. Es ist egal, wenn du das vertreten kannst und du denkst, es ist wichtig, dass es nach draußen geht, auch wenn es manchen Leuten vielleicht, fühlen sich vielleicht auf die Füße getreten usw. Weil es ist wichtig, dass du das machst, was du für richtig hältst. Und wenn es etwas gibt, was konstruktiv ist, dann wirst du es ja schon rausfiltern können. Es geht nicht darum, dass man Sachen ignoriert. Aber dass du für dich selbst auch mit der Zeit kannst du dann daran trainieren, wenn du sagst, es limitiert dich in deinem Leben, weil du es schwer hast, Nein zu sagen oder weil du es schwer hast, bestimmte Sachen zu machen, dass es zu wichtig ist, was sehr viele Leute über dich denken. Auch Leute, die überhaupt nicht in deinem Leben irgendetwas beitragen oder dich weiterbringen oder überhaupt nicht in der Zielgruppe sind oder Menschen von da, die dich bewerten usw., dann ist es etwas, was du für dich selbst nochmal aufarbeiten musst, wenn dich das limitiert in dem, was du tust. Das ist eine andere Arbeit. Aber ich denke nicht, dass du jetzt sagst, du musst erstmal für dich diese ganzen, deine Persönlichkeit verändern und so eiskalt sein. Dünnhäutigkeit ist Sensibilität. Das hilft dir in so vielen anderen Bereichen des Lebens. Das ist nicht etwas Negatives. Es ist nur in diesem Fall, dass du übersensibel dafür bist, was andere Leute empfinden. Du bist sehr empathisch. Es ist dir wichtig, was andere Leute denken. Deswegen willst du sie auch nicht verletzen. Deswegen willst du auch nicht diese Negativität von diesen Menschen haben. Aber man muss halt gucken, dass man als empathischer Mensch, dass das so eine Grenze gibt auch dafür. Es gibt Leute, denen ist alles egal. Man könnte denken so, wow, super, die machen alles, denen ist alles egal. Aber die haben dafür andere Limitierungen, dass die nicht die Sensibilität haben, für andere Menschen mitzufühlen in ihren Beziehungen. Dass sehr viele Leute denken so, hey, du bist kalt, die sind manchmal wie so ein Trampel, die anderen Leuten auf den Füßen treten und die Sachen falsch sagen in manchen Momenten. Und das limitiert sie dann in anderen Bereichen. Das heißt, es ist immer gut, so einen Mittelweg zu finden, dass du sagst, okay, manche Leute sind zu extrovertiert, dass sie gar nicht mit sich selbst in Touch sind und mit ihren eigenen Emotionen. Und manche Leute sind zu introvertiert, dass sie zu sehr auf diese Emotionen achten und sie dann noch verzehnfachen in sich selbst und dadurch gar nicht in Kontakt nach draußen gehen. Und das ist halt wirklich eine Arbeit, die jeder von uns an sich selbst machen kann. Aber es sollte dich nicht aufhalten, einfach zu machen, weil während du es machst, kommst du mit der Realität in Kontakt und merkst, hey, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hey, vielleicht habe ich mal jedes zehnte Video einen negativen Kommentar. Du weißt es noch nicht, weil du es gar nicht gemacht hast. Und wenn es so ist, dass du sagst, oh, das stoppt, dann versuche es auszublenden erst mal, dass du in die Kreation kommst und raushaust. Und du wirst sehen, dass so, auch wenn du zehn negative Kommentare bekommst, aber fünf Leuten geholfen hast, dann musst du das für dich nochmal auswerten, indem du sagst, kommst in deine geschlossene Gruppe, kommst zu mir, kommst in meine Klasse, kommst in mein Zuhause, sei es online oder draußen irgendwo und dann hast du einfach die Gruppe der Leute, die du ansprechen willst. Und das ist das Wichtigste, meiner Meinung nach. Also denk nicht zu lange nach, mach es einfach, mach es einfach. Glaub nicht, dass du alles perfekt fühlen musst, bevor du starten kannst. Nein, du startest es einfach, egal wo du dich fühlst, konfrontierst die Realität und dann passt du es einfach an. Und die Leute, die kommen, die kommentieren negativ, du blockierst die einfach. Du blockierst die, dann kommen noch ein paar andere, du blockierst die. Aber ganz ehrlich, das ist oft auch so, dass wir in unserem Kopf das viel schlimmer sind, als es ist. Also warte nicht zu lange, mach es einfach und mach es einfach. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, bitte schreib mir eine E-Mail oder schreibe mir auf Facebook. Ich habe übrigens eine geschlossene Facebook-Gruppe für diesen Podcast gegründet, wo ich Audios, Videos, Livestreams teile, eure Fragen beantworte zu den Themen im Podcast und wir uns untereinander supporten und pushen können. Um sie zu finden, gebe einfach, mach es einfach und mach es einfach bei Facebook ein. Und wenn dir der Podcast geholfen hat oder dir gefällt, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Somit kann der Podcast mehr Menschen erreichen und wachsen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und vergesse niemals, ein Schüler des Lebens zu sein. Egal, wo du gerade stehst im Leben und was heute auf dich noch zukommt, vergesse niemals. Es gibt keine Probleme, nur Gelegenheiten. Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen. Du hast die Macht, aber nur, wenn du machst. Also mach es einfach und mach es einfach. ein Schüler. Bir noch einmal. Untertitelung des ZDF, 2020